Weil du die Gesetze nutzen kannst, um dein Leben in eine bessere Richtung zu treiben, deswegen ist es ein sehr, sehr wichtiges Video. Die hermetischen Gesetze gehen zurück auf Hermes Trismegistus, so wie alle westlichen und östlichen spirituellen Schulen auf seine Lehren zurückgehen. Dass auch der Ursprung allen Lebens nicht körperlich oder materiell ist, ein negativer Geist wird dir nie ein positives Leben geben. Wir einfach uns Dinge hier zusammen reinziehen, die einen zum Nachdenken anregen, wo man Wissen sammelt, es prägt einfach positiv und ich hoffe euch auch. Begegnet man dem Leben positiv, soll man sich laut dem Gesetz der Schwingung der höchsten Frequenz annähern, der Frequenz der Liebe. Spread love, Freunde. Love Gang ist am Start. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, es spielt keine Rolle. Wir gehen jetzt rein in das erste Video und zwar ist das erste Video die sieben hermetischen Gesetze. Das finde ich sehr, sehr interessant. Da bin ich gespannt. Let's get it on. Hey Leute, in unserem alltäglichen Leben sind wir stets von physikalischen Gesetzen umgeben. Das ist so powerful. Fast jeder Motivationsspeaker oder Persönlichkeitsentwicklungs-Dude redet von diesen Gesetzen, weil du die Gesetze nutzen kannst, um dein Leben in eine bessere Richtung zu treiben. Deswegen ist es ein sehr, sehr wichtiges Video, was Sinn macht. Also let's go. Nichts anderes als allgemeine und wesentliche Zusammenhänge, die unter bestimmten Bedingungen immer wirken. Obwohl wir diesen Gesetzen kaum bewusste Beachtung schenken, passen wir uns dennoch automatisch an diese an. So tragen wir beispielsweise luftige und vor allem helle Kleidung im Sommer, die die Sonnenstrahlung besser reflektiert als dunkle. Ich will auch wieder in die Sonne. Sonne, falls du mich hörst, ich küsse dein Herz. Wir sehen uns bald wieder. Oder wir fahren langsamer, wenn die Straßen eisklatt oder nass sind, da der Bremsweg durch die veränderten Fahrbedingungen zunimmt. Es gibt unzählige Beispiele, wo physikalische Gesetze zum Einsatz kommen, da sie praktisch bei allem gelten, was man sehen oder anfassen kann. Sie spielen eine enorm wichtige Rolle in unserem Leben und selbst wenn wir sie nicht beantworten. Ich liebe Mathematik, ja. Ich schwöre es dir. Ich will mir auch mehr noch Tattoos machen mit mathematischen Symbolen. Ich schwöre es dir. Ist geil, das ist ein geiles Bild, oder nicht? ...gelten sie dennoch. Neben den Gesetzen, die man auf der materiellen Welt findet, sollen auch andere Gesetzmäßigkeiten existieren, die stets im Hintergrund mitwirken. Sie beziehen sich jedoch nicht auf die physische Umwelt, sondern beruhen auf den nicht-physikalischen Vorgängen des Lebens. Sie werden als die hermetischen Gesetze bezeichnet, wobei unser Leben im selben Maße von ihnen bestimmt wird. Genauso wie die physikalischen Gesetze können die hermetischen Gesetze viele Vorgänge mit sich bringen, wenn man lernt, sie zu verstehen und richtig anzuwenden. So ist es beispielsweise möglich, mehr Verständnis für Dinge zu bekommen, die einem widerfahren, sowie mehr Erkenntnis im Leben zu erlangen. Ich werde euch nun einen Einblick in die insgesamt sieben hermetischen Gesetze geben und ich bin mir sicher, dass jeder einen Vorteil daraus ziehen kann. Let's go, Alter. Ich hab Bock. Puh, Mathe ist immer so anstrengend. Ist anstrengend, aber das hilft voll. Also für mich persönlich, Mathe eine der powerfulsten Sachen, die ich gelernt habe in der Schule und im Studium. Die hermetischen Gesetze gehen zurück auf Hermes Trismegistus. Er soll ein Gott gewesen sein und das lange vor den ältesten Dynastien Ägyptens und sogar vor Moses Zeiten. Man geht davon aus, dass die hermetischen Gesetze, so wie alle westlichen und östlichen spirituellen Schulen, auf seine Lehren zurückgehen. Sein Wissen soll über die sogenannten Smaragd-Tafeln überliefert worden sein und es gibt einige Bücher, die sich umfangreich mit diesen beschäftigen. Die hermetischen Gesetze wurden allerdings erstrichtig bekannt durch das Buch Das Kybalion, welches im Jahr 1908 erschien. Seltsamerweise wollte der Autor des Buches unbekannt bleiben, weshalb es lediglich auf drei Eingeweihte verweist. Sieben hermetische Gesetze. Wer hat davon schon mal gehört? Eins rein. Fangen wir direkt an mit dem ersten Gesetz, dem Gesetz der Geistigkeit. Es wird auch als Grundstein der hermetischen Gesetze bezeichnet, da auf ihm alle anderen aufgebaut sind. Selbst im Kybalion wird dieses Gesetz der Hauptschlüssel zur Meisterschaft genannt. Es sagt aus, dass alles im Ursprung geistig ist. Das, was wir sehen und anfassen können, so wie das ganze materielle Universum, sind demnach nur Auswirkungen von geistigen Ursachen. Das bedeutet, dass auch der Ursprung allen Lebens nicht körperlich oder materiell ist, wie viele Menschen denken, sondern geistig. Fühlig. 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 Genau das, was auch der Herr Tepperwein gesagt hat. Alles entsteht erst im Geist. Es muss was vorher da gewesen sein, bevor es Materie gab. Die Quelle von allem ist laut dem Gesetz reine Energie und alle Abläufe sind in ihrem Kern energetisch. Leben und Bewusstsein ist kein Zusammenwirken von physischen Prozessen, sondern entspringt einer nicht-physischen, geistigen Quelle. Doch was sagt das Gesetz über das eigene Leben und den Körper aus? Wir wissen nun, dass die Kernaussage des Gesetzes bedeutet, dass alles im Geist beginnt. Man kann also sagen, dass die Realität des Menschen nur das Spiegelbild bzw. die Folge seiner geistigen Verfassung ist. Der Spruch, ein negativer Geist wird dir nie ein positives Leben geben, ist ein gutes Beispiel dafür, wie sehr das eigene Leben von unserem inneren Zustand beeinflusst wird. Safe. Safe. Da kommen wir auch wieder zu den Schwingungen. Wenn du den ganzen Tag abgefuckt bist und nur negative Sachen aussprichst und dich überall beschwerst, warum es dir so scheiße geht, dann wirst du keine positiven Dinge in dein Leben reinziehen. Fängst du an, auf einmal Dinge zu lieben, dankbar zu sein für die Dinge, die du in deinem Leben hast, wirst du auf einmal wieder viel bessere Dinge in deinem Leben anziehen. Das Gesetz der Anziehung wird bestimmt auch noch kommen. Wie wir die Welt sehen, so ist sie auch. Sind wir depressiv oder hasserfüllt, interpretieren wir alles, was wir sehen und erleben mit diesem Zustand. Durch unsere Gedanken und Gefühlslagen erschaffen wir also unsere eigene Realität. Gedanken sind in anderen Worten ausgedrückt somit schöpferisch. Ein Haus entsteht beispielsweise nicht einfach so, sondern hat seinen Ursprung in einem Gedanken. Man hat zunächst die Idee von einem Haus, malt sich das für ein Haus. Dabei denke ich immer an Tesla, der ja alle Erfindungen, die er rausgehauen hat und verwirklicht hat, vorher im Gedanken durchgespielt hat und da festgestellt hat, ob es funktioniert oder nicht und nur die Dinge umgesetzt hat, die auch wirklich funktionieren. Deswegen bin ich auch so überzeugt von seinem freien Energieansatz, dass das eigentlich auch funktionieren würde, weil der Typ hat nichts gebaut, was nicht funktionieren kann. Also angenehme Stimme wollte ich damit sagen an der Stelle. Ist, dass einem dieser Ablauf bewusst ist. Durch Gedanken entstehen Emotionen und anschließend Handlungen, die diesem Gedanken oder der Emotion entspringen. Was kann man nun also tun, um eine positive Veränderung in seinem Leben hervorzubringen? Damit sich etwas ändert, ist es lediglich nötig, den Kern, also den Geist zu ändern und sozusagen in sich selbst zu gehen, anstatt außen nach einer Veränderung zu suchen. Wenn das Mindset positiv ist, kann sich daraus nur etwas Positives entwickeln. Die Welt passt sich wie ein Spiegelbild an deinen Geisteszustand an und wird einem automatisch mehr Freude, Erfüllung und Liebe geben. Kommen wir nun zu dem Real Talk. Real Talk. Nehmt euch das zu Herzen, Freunde. Der hat recht. ...Gesetz, dem Gesetz der Schwingung bzw. der Bewegung. Es besagt, dass alles, was existiert, in ständiger Bewegung bzw. in Schwingung ist. Also von allen Gesetzen, glaube ich, habe ich schon mal gehört und auch schon so angewandt und auch das Verständnis dafür, aber ich habe noch nicht von dem Ausdruck hermetische Gesetze gehört. Das ist geil. Generell muss ich sagen, dass mir das Stream mittlerweile so viel Spaß macht, weil wir einfach uns Dinge hier zusammen reinziehen, die einen zum Nachdenken anregen, wo man Wissen sammelt. Und ich liebe das Wissen zu sammeln und auch dann zum Beispiel im Alltag mit Leuten über diese Dinge dann zu reden und so. Es prägt einfach positiv und ich hoffe euch auch. ...sagt, bedeutet das, dass alles, was von außen so wirkt, als wäre es in Ruhe, eigentlich auf der energetischen Ebene in ständiger Bewegung ist. Schon seit den 60er Jahren arbeitet man in der Quantenphysik mit der These, dass Materie nicht aus unbeweglichen Teilchen besteht, sondern aus sogenannten Strings, die sich immer bewegen und... String-Theorie, Dicker. Showdowns gehen raus an Sheldon. ...prien. Schon im letzten Gesetz haben wir gelernt, dass alles im Ursprung energetisch ist. Zusammen mit der Schwingung bedeutet das, dass unsere Emotionen oder das, was wir denken, vom Grad ihrer Schwingung abhängig sind. Alles im Universum entstand sozusagen aus einer Schwingung, die energetisch ist. Erst wenn sich diese Schwingung verlangsamt, wechselt sie vom feinstofflichen Bereich in den materiellen Bereich. Trotz dessen ist der Ursprung nicht physisch, so die ersten beiden hermetischen Gesetze. Wie lässt sich das also nun auf den Menschen anwenden? Begegnet man dem Leben positiv, soll man sich laut dem Gesetz der Schwingung der höchsten Frequenz annähern, der Frequenz der Liebe. Das Prinzip sagt ebenfalls, dass man sich immer des eigenen Seins bewusst sein soll. Jeder sendet durch seine Emotionen, Gedanken und Handlungen unterschiedliche Schwingungen aus, die einen selbst und das Leben maßgeblich beeinflussen können. Das dritte Gesetz wird das Gesetz der Resonanz genannt. Laut diesem ist stets das Kleine im Großen und das Große im Kleinen enthalten. Anders gesagt lässt sich das Äußere stets im Inneren erkennen und das Innere im Äußeren. Auf den Menschen... Krass, Resonanz habe ich noch nicht gehört. Angewendet bedeutet das, dass die Außenwelt immer dem entspricht, was im Inneren ist. Achso, ja, okay. Das ist ein Spiegel von deinem Inneren. Das erklärt auch, warum jeder in seiner eigenen Welt quasi lebt. Jeder sieht die Welt anders. Jeder nimmt die Welt auch anders wahr. Jemand, der sich nur mit dem negativen Shit auf der Welt beschäftigt und konfrontiert, sieht die Welt als sehr, sehr böse und negativ. Jemand, der sich mehr mit Liebe beschäftigt und mehr in der Liebe drin ist, sieht die Welt als etwas Positives. Und dem fallen die positiven Dinge in der Welt auf. Also jeder hat eine andere Sicht auf die Welt. Wie wir schon bei dem ersten Gesetz der Geistlichkeit gelernt haben, passt sich die Außenwelt an, wenn man sein Inneres verändert. Das Gesetz der Resonanz ist jedoch auch sehr mit dem vorherigen Gesetz, dem Gesetz der Schwingung, verbunden. Laut diesem besitzt jeder Mensch eine eigene Schwingung, die durch unsere Emotionen, Gedanken und Handlungen beeinflusst wird. Gemeinsam mit dem Prinzip der Resonanz bedeutet das, dass man die Dinge in sein Leben zieht, die mit der eigenen Schwingungsfrequenz im Einklang sind. Anders gesagt entspricht das, was einem widerfährt, stets der eigenen Einstellung bzw. dem eigenen geistigen Zustand. Statt Gegengesetze ziehen sich also immer dieselben Dinge an. Wenn dies einem bewusst ist, hat man die Möglichkeit selbst zu entscheiden, was man aussendet oder empfängt. Das vierte Gesetz wird das Gesetz von Ursache und Wirkung genannt. Es sagt aus, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert und nichts dem Zufall überlassen ist. Alles beruht auf bestimmten Gesetzmäßigkeiten und nichts geschieht einfach so. Laut dem Gesetz gibt es für alles, was passiert, eine Ursache, auch wenn man nicht immer weiß, aus welchem Grund etwas geschieht. Nur weil wir den Grund nicht wissen, bedeutet das nicht, dass es keinen Zusammenhang gibt, der die Gegebenheit verursacht hat. Dieses Prinzip bekommt häufig den Namen Karma, denn fast jeder von euch kennen sollte. Diese Bezeichnung wird jedoch oft in einem negativen Kontext dargestellt. So hört man häufig davon, dass Karma über Gerechtigkeit entscheidet oder einen Menschen bestraft. Doch so ist es in Wirklichkeit nicht. Das Wort sagt lediglich den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung aus, also dass auf jede Aktion eine Reaktion folgt. Egal, wer glaubt daran, mal eins in den Chat, Ursache und Wirkung, Karma etc., dass alles, was passiert, auch irgendwo eine Ursache hat. Für den Menschen bedeutet das also, dass alles, was man in der Welt hinaus sendet, irgendwo seine Wirkung entfaltet. Dabei sind wir uns dessen häufig gar nicht bewusst. Im Alltag handeln wir oft unüberlegt und denken nicht daran, dass das, was wir tun, bestimmte Auswirkungen nach sich zieht. Laut dem Gesetz bezieht sich das jedoch nicht nur auf unsere Handlungen, denn wie wir durch die anderen Prinzipien nun wissen, haben selbst unsere Gedanken einen bestimmten Einfluss. Das Gesetz von Ursache und Wirkung sagt ebenfalls aus, dass wir alles, was uns passiert, wie zum Beispiel Rückschläge oder schöne Ereignisse, auf irgendeine Weise mitverursacht haben. Man muss sich das Ganze wie einen Kreislauf vorstellen. Es beginnt bei einer Aktion, deren Wirkung auf etwas hinübergeht und irgendwann auf ihren Verursacher zurücktrifft, sodass sie wieder annulliert ist. Jede Tat wird also immer an einen anderen Menschen weitergegeben, bis sie schließlich wieder auf einen selbst trifft und sich der Kreislauf schließt. Solche Kettenreaktionen können manchmal sehr weit zurückreichen und über lange Zeit andauern. Selbst über Generationen, ne? Das Gesetz zeigt uns auch, dass nichts gegen uns geschieht, sondern wir stets die Saat früherer Gedanken und Taten ernten. Es ist selbst halb wichtig aufzupassen, welche Gedanken und Taten wir produzieren. Das Prinzip von Ursache und Wirkung verdeutlicht, wie eng alles miteinander vernetzt ist und dass wir uns als einen gemeinsamen Organismus betrachten können. Auf materieller Ebene wirkt es so, als wären wir alle voneinander getrennt, doch der Schein trügt. Es ist deshalb wichtig, andere so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte, dann True, true. Spread love, Freunde. Love Gangs am Start. Schließlich alle Post in den Chat. Post in den Mann. ...einem zurückkommt. Das fünfte Gesetz wird das Gesetz der Polarität, also das Gesetz der Gegensätze genannt. Dieses beschreibt die Dualität aller Dinge, also dass nichts ohne sein Gegenstück existieren kann. Alles existiert nur durch die Existenz des entsprechenden Gegenpols. So würden wir beispielsweise nicht wissen, was kalt ist, wenn wir nie erfahren hätten, wie sich etwas Warmes anfühlt. Auch könnte ein Mensch keine Liebe erfahren, wenn er nicht wüsste, was Hass ist. Es muss also Gegensätze geben, doch gibt es sie wirklich ohne Dinge, die sie erschaffen. Laut dem Gesetz entstehen Gegensätze nicht getrennt voneinander, sondern sind zwischen den zwei Extremen miteinander verbunden und besitzen viele Zwischenstufen. Man kann beispielsweise nicht genau sagen, wo Kälte aufhört und wo Wärme anfängt, da beides ineinander übergeht. Man kann also sagen, dass zwei Gegensätze eigentlich in ihrer Natur dasselbe sind und sie sich nur in Grad ihrer Erscheinung unterscheiden. Krass. Das ist wichtig. Besonders deutlich zeigt es die Bezeichnung richtig und falsch. Beide sind offensichtlich subjektiv und können sich immer ändern, wenn sich unsere Sichtweise auf bestimmte Dinge ändert. Was für den einen gut ist, kann für den anderen schlecht sein und andersherum. Man kann also sagen, dass es nur davon abhängt, wie wir beides bewerten. Alles existiert, wie es ist und wird nur zu etwas, weil wir ihm eine Bewertung zuschreiben. Nichts ist von Natur aus irgendeiner Eigenschaft unterworfen, sondern wird erst durch unser Denken zu dem, zu dem wir es einordnen. Kurz gesagt bedeutet das, dass es kein Gut und Böse, Groß oder Klein und kein Besser oder Schlechter gibt. Wenn uns also bewusst ist, dass wir diejenigen sind, die Ereignisse, Dinge oder Personen eine subjektive Bewertung zuschreiben, können wir uns beim nächsten Mal ganz einfach für eine andere Wertung entscheiden. Vor allem, weil wir nun wissen, dass unser Denken und Handeln bestimmte Konsequenzen hat. Kommen wir nun zu dem sechsten Gesetze. Es ist eng mit dem Gesetz der Polaritäten verknüpft und sagt aus, dass alles zwischen einem und dem anderen Pol hin und her fließt. Alles im Leben, also immer wieder einen Aufschwung und einen Abschwung und ist zumindest vergänglich. Dieses Prinzip zeigt sich in allen Dingen, wie zum Beispiel den Jahreszeiten, Geburt und Tod oder Ebbe und Flut. Auch wir Menschen spüren dieses Gesetz regelmäßig. So erleben wir manchmal ein emotionales Hoch, worauf irgendwann wieder ein Tief folgt. Zusätzlich beinhaltet jedes Glück auch potenzielles Leid, das darauf folgen wird. Wenn man beispielsweise einen Partner hat und glücklich ist, wird man irgendwann auch Leid erfahren, da man sich entweder trennt oder den Tod des anderen miterlebt. Es ist jedoch wichtig, außer man versteht, dass der Tod eigentlich auch nur eine Illusion ist und dass die Seele weiterlebt und nach Hause geht und vielleicht wiederkommt. So. ...wissen, dass man diesem Kreislauf nicht hilflos unterworfen ist. Wenn einem das Prinzip bewusst ist, dass auf gute Zeiten schlechte Zeiten folgen werden, dann ändern sich in schweren Situationen... Das ist auch eine Sache, da gehe ich nicht 100% mit d'accord, weil ich bin keiner, der den Tod nicht mehr so verurteilt bzw. als schlecht ansieht. Ich glaube nicht, dass es was Schlechtes ist. Es gehört zum Kreislauf dazu. ... und die Gedanken... ... zum Kreislauf des menschlichen Lebens, aber wir sind mehr als das menschliche Leben. ... Emotionen. In einer negativen Lebenslage ist einem bewusst, dass sie vergänglich ist und irgendwann vorbeigeht. Genauso lernt man auch, schöne Momente mehr zu schätzen und zu genießen. Wenn man das Prinzip versteht, lässt man sich nicht mehr von seinen Emotionen leiten und in ein tiefes Loch ziehen, sondern bleibt trotz allem in der Mitte. Das siebte Gesetz wird das Gesetz des Geschlechts genannt. Es besagt, dass alles sowohl männliche als auch weibliche Eigenschaften in sich trägt. Beide Aspekte bilden eine Einheit und sind voneinander abhängig. Mit dem männlichen und weiblichen Prinzip sind jedoch nicht die Unterschiede des Körpers gemeint. Man kann es vielmehr als positive männliche und negative weibliche Energie bezeichnen. Oder als aktiv und passiv, was sich auf allen Ebenen offenbart. In der östlichen Weisheitslehre gibt man dem Geschlecht den Namen Yin und Yang, den vermutlich jeder schon einmal gehört hat. Nach dem Gesetz ist das Geschlecht in allem enthalten. Das zeigt unter anderem die Bildung eines Atoms. Es wird durch die Vereinigung von negativen Korpuskeln und einem positiven erschaffen, also besteht aus einem positiven und negativen Aspekt. Durch ihre Anziehung und Vereinigung wird dann ein neues Atom gezeugt und geboren. Die Aufgabe des männlichen Prinzips ist es, stets eine bestimmte Energie auf das weibliche Prinzip zu richten. Das weibliche Prinzip empfängt diese Energie und leistet die schöpferische Arbeit. Man kann also sagen, dass es so wie beim Entstehen eines Kindes männlicher Aspekt die Triebkraft ist und den weiblichen Aspekt braucht, um etwas zu verwirklichen. Die weibliche Kraft könnte nie etwas schöpfen ohne den männlichen Impuls und die männliche Idee könnte sich niemals ohne die weibliche Kraft verwirklichen. Wie kann man dieses Gesetz nur an Menschen anwenden? Ein gutes Beispiel sind Körper, Geist und Seele. Der Geist ist männlich und besitzt Ideen und Vorstellungen. Die Seele hingegen ist der weibliche Aspekt, verwirklicht die Dinge und bringt die Gefühle hinzu. Der Körper ist dann die Auswirkung bzw. stellt das Vehikel für beide dar. Die Seele könnte niemals ohne den Geist oder den Körper bilden und erschaffen, aber auch der Geist kann ohne die Seele keinen Körper erschaffen und erhalten. Das ist auch jetzt nicht darauf bezogen, dass man einen Partner braucht. Nicht falsch verstehen, meine lieben Freunde. Ist natürlich powerful, auch in der Beziehung zwischen Mann und Frau das ganze Thema zu sehen, aber er spricht gerade davon, dass wir alle das weibliche und das männliche in uns tragen. Nur das Zusammenspiel von Geist und Seele hat eine Manifestation in der Materie zufolge. Demnach kann nur in der Vereinigung von Yin und Yang etwas Neues erschafft werden. Das Kübal... Feier ich. Feier ich, Digga. Geiles Video. Mit den sieben hermetischen Gesetzen ist das bekannteste Werk für Okkultisten und Esoteriker. Die Hermetik ist die Grunddisziplin, auf welche fast alle modernen Geistesrichtungen basieren. Das Ziel der Hermetik ist es, dem Menschen beizubringen, wie er seine mentalen Schwingungen beherrschen kann, um somit mehr Kontrolle über seine Realität zu bekommen. Die sieben Gesetze sollen dabei helfen, positive Manifestierungen zu erlernen und zum Beispiel auch das Gesetz der Anziehung praktisch anzuwenden. Ich persönlich finde das Werk inspirierend, da auf eine religiöse Interpretation verzichtet wird. Es geht allgemein nur darum, wie jeder das Werk nutzen kann, um einen persönlichen Vorteil daraus zu ziehen. Es werden keine Dogmen oder Klaubenssysteme geteilt, sondern lediglich die Gesetze vorgestellt. Übrigens war das Kybalion auch die Inspiration für The Secret, das weltbekannte Buch zum Gesetz der Anziehung. Jeder, der sich dafür interessiert, wie er die geistigen Gesetze anwenden kann, dem empfehle ich, das Kybalion selbst durchzulesen. Le Kybalion. Müsste man sich eigentlich mal geben. Dieses Video wurde durch die Kürze dem Inhalt nicht gerecht und es braucht noch deutlich mehr Kontext, um alle Gesetze in ihrer Fülle zu verstehen. Wie ihr seht, haben sie einen großen Einfluss auf das Leben, weshalb man sie auf keinen Fall unterschätzen sollte. Wenn man lernt, sie richtig anzuwenden, ist es möglich, seine ganze Realität maßgeblich zu verändern. Wenn euch das Video gefallen hat. Sehr starkes Video. Multi. Den Kanal habe ich auch noch nie gehört. Schreibt mal rein, Freunde, eins in den Chat, wenn ihr das auch ein nice fandet, das Video. Ich werde bei YouTube auch den Link in die Beschreibung reinhauen, beziehungsweise ich werde es auch auf dem zweiten Kanal. Leon Lovelock Highlights auf jeden Fall hochladen, da kannst du es dir dann nochmal reinziehen.